yo freunde was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal afufu und heute spielen wir mal wieder eine runde wands ich bin runter gedroppt weil ich hatte ein bisschen gespielt und habe nur verloren ja deswegen werden wir gleich noch ein bisschen wands spielen und ich zeige euch heute nochmal mein preset ich habe mir nämlich ein bisschen neues preset erstellt mit so einem xbox wandel das hat man gratis bekommen ja also hier tv octane ich habe mir mal gekauft ein item shop xbox dinge weil es steht einfach xbox so meine farben gletscher habe ich das gemacht ich weiß halt nicht ich finde halt irgendwie nichts anderes ist so anders krank das ist so mega geil passt und das sieht eigentlich ganz geil aus dann die reifen nehme ich xbox boost gibt es auch geist oder das hier nehme ich mal dann nehme ich das mal ähh ja toils mit dem drachenduell genau das hier nehme ich glaube ich feiere drachenduell dann immer in den links dann jetzt mal sowas hier ja ja und wir werden jetzt einfach noch mal einen noch unterbrochen spielen roll zu platin aber sie sind es immer zünder aber egal doch nicht wie ist der denn geflogen ja heute werden wir jetzt nicht so krank wie sachen machen soll ich mal so wie jetzt so ich bin auch nur so zweier zu sagen Den Küstengegner darf ich jetzt auch nicht bekommen. Und ich bekomme direkt den Kick-Off. Oh nein. Ah! Ja. Ich bekomme den Ball nicht vor mir weg. Trigger. Ey, Junge! Das ist unfair. Das ist anders unfair. Guck mal, hab ich den Scheiß geklärtet. Äh, es wird endgetan. Und Tor. Let's go. Okay, das ist Tor. Oh nein, oh nein. Oh. Oh, ne. Oh, ne. Er kann nicht gut weg. Äh? Hat er jetzt weggeschossen? Ach, Junge! Ich... 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 Vergess es immer, dass man direkt, wenn man da zweimal Jump ist und man höher fliegt, dass man dann direkt den Double Jump verbraucht. Das vergesse ich direkt. Ich hätte auch gar nicht den Jump machen müssen. Aber ich hab's einfach gemacht. So ist geflext. Komm. Oh. Ohne, ohne, ohne. Ohne, ohne. Ja! Richtig. Und der geht nicht rein. Natürlich nicht. Schieß ihn weg. Was ist der da? Äh. Ey! Aber guckt euch das an! Das ist doch nicht mehr normal! Ich bin richtig. 2-0. Okay. Kann ich auch nochmal mal Zori rein spammen. Wahrscheinlich, weil er wütend ist. Aber ich bin halt so einer, wenn einer zu mir Toxic ist, dann bin ich direkt zurück Toxic. Also, ja. Also, er war erst heute Toxic so. Ich wollte schon sagen Toxic sein, also. Und wenn ich dann gewinne, dann werde ich manchmal ganz schön Toxic. Aber ich finde das halt unfair. Also, es ist halt verdient, wenn man Toxic ist, dann soll man auch die Toxigkeit... Oh! Zurück bekommen. Ja, und wir haben easy gewonnen. Wahrscheinlich. Okay, das war eine schnelle Runde, muss ich sagen. Oh! Ist hier irgendwas? Ich finde es halt doof, dass man gar keine Drops mehr bekommt. Auch im Rocket Pass kann man keine Drops mehr bekommen hier. Ist anders lost. Warum machen die das nicht? Egal, ich wollte dann sagen, dass wir so einen guten Video hier. Und tschau tschau!